hallo und grüße euch und herzlich willkommen zu diesem kurzen quicktip video ich werde jetzt dieses jahr jeden tag einen kalterquise tipp raushauen einen daily quicktip und diese tipp ist der vom 14.01.2021 mein name ist thomas klein von experte für die neukundengewinnung b2b in der it branche und dann starten wir doch gerne mal also status jeder quicktip ist immer so aufgebaut wir haben gewissen status eine gewisse ausgangsposition und dann eine gewisse aktion um eine verbesserung herbeizuführen also in diesem quicktip sind wir im status du kennst die durchwahl des entscheiders nicht mit ihm sprechen deine aktion ist du wählst die zentrale an bewusst es meldet sich jemand irgendeine zentraldame meistens ist eine dame dann sagst du folgendes wortwörtlich ach ich wollte zum herrn xy meyer müller der entscheider und jetzt habe ich aus versehen oder ich habe jetzt die falsche nummer gewählt funktioniert sehr häufig dass man einfach durchgestellt wirst und keine weiteren fragen okay bis zum nächsten quicktip happy hunting dein thomas klein schau mal bei meiner akademie rein bis dann hier unten die links da so Untertitelung des ZDF, 2020